Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge SlimeRanger, und zwar die Nummer 3. Ja, wer auf den Tag schaut, wird sich wundern. Wir haben doch letztens bei Tag 3 aufgehört. Vor allem ist jetzt ein ganzer Tag vergangen. Ja, das liegt daran, ich habe aber zwar gerade die Aufnahme gemacht, aber leider hat sich im Hintergrund mein Player aufgehangen, zu dem ich zur Aufnahme verwende. Sprich, das was ich jetzt gerade gespielt für euch aufgenommen habe, wurde leider nicht aufgenommen und ich habe auch leider keinen alten Speicherpunkt, sodass ich von diesem Punkt wieder starten könnte. Ja, darum wird auch dieses Display leider sehr kurz ausfallen. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, was wir jetzt so gemacht haben. Also, ich habe es geschafft, meine Ohne-Schleime hier mit Jägerschleim zu kreuzen, wie ihr seht. Das sind diese halbdüsen Kettchen, die sich unsichtbar machen können. Und das hat uns sehr viel Geld eingebracht, und dieses Geld konnten wir verwenden, um einerseits unsere Beete, die zwei, die wir hatten, so zu modernisieren, wie es geht, als bruchtbare Boden- und Springplanlage, damit alles schneller wächst. Das hier einmal für die Minzbeeren, und hier dann noch dasselbe für die Mürschen. Hier hat sich nicht sehr viel getan bei den Blauen. Ich habe nur lediglich einen neuen reingemacht, damit wir mehr haben. Was auch die größte Veränderung war, oder ist, ist, wir haben so viel Geld verdient, dass wir die Phosphorhöhle, ich nenne sie mal so, weil ich die Phosphor-Schleime drin habe, eigentlich heißt sie ja anders, aber die habe ich jetzt freigeschaltet auf jeden Fall, und habe auch die ersten Phosphor-Schleime reingepackt, und habe hier zwei Beete angelegt. Stimmt, ich wollte zwei Beete anlegen. Habe ein Beet mit Erdbeeren, ihrer Lieblingsnahrung, angepflanzt, und werde jetzt auch gleich nur eine ernten, um das zweite, was quasi nur vorbereitet ist, anzupflanzen. So, haben wir das gemacht. Das wird uns in der nächsten Zeit viel Geld produzieren. Ja, das war eigentlich so das Einzige, was ich gemacht habe. Gut, ist natürlich auch gar nicht mal so wenig. Und ich überlege jetzt, wie ich am besten weitermache, um das Letztpläne nicht ganz zu kurz zu gestalten. Also es verzeiht mir, wie gesagt, dass das alles nicht so geklappt hat. Ich werde jetzt noch ein bisschen spielen, um die Länge zu erhöhen. Okay, erstmal jetzt die Post lesen, in Anführungszeichen. Ähm, ja, ich habe auch bei der Katze einige Blüter investiert, dass der Schleim dann irgendwann mal vielleicht platzt. Ja, wir können jetzt noch versuchen, wie viel haben wir hier? Eins, zwei, drei, ja, es ist noch nicht zehn, vielleicht zwei von jeden zusammen zu bekommen. Ein neues Gebiet freischalten wird jetzt zwar erstmal nichts werden. Ja, versuchen wir am besten noch zwei von den Schleim zu bekommen. Und, ja, dann versuchen wir das Geld sammeln für die Freihaltung, dann kannst du dann die exzessive Schleime reinmachen. Also, nehmen wir erst noch ein bisschen Geld mit, wie immer. Dich nicht, oder? Aha. Warum lebst du eigentlich? Es ist Tag. Ach, ein Goldner. Ich habe aber nichts versteckt geben können mit meinem Kompo. Egal. Es ist ja nur Geld. Oh, ich bin eine Karotte gehabt, die sind noch da. Hier, freut euch. Ja, so viel, wie ich der Katze letztens gefüttert habe. Ich hatte Glück gehabt. Moment. Von euch habe ich seit 4 und 2. Einen Hammer davon. Ähm, gefüttert habe. Kann es sein, dass er jetzt noch die nächste äh, explodiert? Ach ja, wir müssen ja auch noch fürs Jetpack sparen, fällt mir gerade auf. Sonst kommt man, glaube ich, gar nicht in den neu freizuschaltenden Bereich. Na gut, dann sparen wir wahrscheinlich erst mal da rauf. Sonst würde ich das ganze Spiel dann immer nur bestehend, dass ich rumgehe, Geld mache, Geld mache und so weiter. Ist natürlich jetzt auch nicht verkehrt, aber ich glaube, ein bisschen vorwärts kommen ist auch gar nichts zu tun. Ja, geschickt ausgewichen. Das war euch ein Kämpfstoff, das Glücksketsch. Ach ja, hier ist er auch. Ich habe aber meine Hügelchen nicht anders verwenden möchte. So. Ja, konnte ich jetzt leider auch nicht sehen. Ich habe letztens auch schon ein paar Küken positioniert. Die isst er ja nicht. Aber wenn die ein Auslöser sind, kann man sie direkt einsacken und reinschließen. So. Immer dieser langen Weg. Na, ich habe mich gerade gewundert, warum ich nicht mehr rennen kann. Ja, ohne Energie macht sich das wohl leider etwas schlecht. So. Zack und zack und hopps. So, unser Ziel sind zwei Honigschleimts. Schauen wir mal. Eigentlich müsste hier oben irgendwo der eine sein, der den neuen Schlüssel hat. Aber ich glaube, ohne Jetpack hochkommt, ist da nicht drin. Oh, eine Kiste. Das ist nämlich das Lieblingsessen doch von unserem Gläuer-Gelächter. Das heißt, wenn wir in den Möhren immer aufgebraucht sind, fange ich an die Herzflüge an. Ja, euch lieben, später mal. So, jetzt mal auf Platz. Okay, gut. Ja, das Problem für mich gelöst. Irgendwo da oben müsste der sein. Ja. Ja, da brauche ich das Jetpack. Das ist so gut, kann ich nicht springen. Da hinten, seht ihr den? Das ist der große Goldner Lago. Und hier ist er in dem Gelände. Ich könnte natürlich alternativ auch Jägerschleime nochmal nehmen, aber das ist quasi Quatsch. Ja, aber irgendwelche werden ja noch kommen. Ach, wir haben drüber gesprungen und vorbeigerannt. Und das ist es. Was? Ja, jetzt haben wir, was wir alles wollen. Wie bei den meisten Farmspielen kommt dann langsam die Routine. Aber ich werde ja öfters mal hier vorbeilaufen. Hier sind nämlich ganz viele Hühnchen, habe ich letztens gesehen. Kann ich euch zeigen. Betriebe, ist ein Hühnchen. Eigentlich ganz gut, dann kann ich mir nämlich gern Vorrat anlachen. Okay, jetzt wird auch schon mal ein Weg hier. Ich wollte das sowieso mal testen. So. Jetzt muss ich mir überlegen, was ich zu der Herzruhe machen. Eigentlich müssten die Müllen ja auch bei mir fertig sein. Das ist wohl der Fall. Das passt ja ganz gut, dass ich jetzt geflogen habe. Ja, mit seinem Reichen sieht schon so gut aus. Ach ja, das konntet ihr ja auch nicht sehen. Was ich letztens schon mal angewünscht hatte, wenn die jetzt das Blot der Katzen essen, werden die erstmal aggressiv. Oh, okay. Ich habe jetzt natürlich keine Behrnungsinzung bekommen. Ich bin nur Geld für ein Dach. Pferde 3, Pferde 3. Okay, passt auf, ihr macht keinen Blödsinn. Ich komme gleich wieder. Das ist ein relativ weit weg. Ich hoffe mal, die werden kein Blödsinn machen. Guck mal, nach unseren Phosphor-Schleim und nach der Erbe, die schon gewachsen sind. Ja, das ist schön. Man kommt dann halt irgendwann näher. Dann sollen die ganzen Blot zeigen. Einen klaue ich euch mal. Oh Mann. Ich lege nochmal an, ich werde auch mal Vorrat. Falls die mir alle wegfüllen, bin ich dann ziemlich leer. Ich hoffe, es klappt so einigermaßen. Bisher hat es mal geklappt, da mein vorigen Spielstand. Aber wie gesagt, das war vor den Updates. Ja, jetzt schauen wir mal, ob die Bärchen gewachsen sind. Ich hoffe es sehr wohl sehr. Ich möchte eigentlich ungern den Spielstand beenden. Wie wohnet das? Das heißt doch, es wächst schneller. Na gut, dann machen wir Rennen jetzt noch schnell durch die Gegend. Und so ein Hühnchen. Oh, es ist dunkel. Ja, dann nehmen wir noch ein paar Phosphor-Schleim mit. Nicht eure Kacke essen. Gut, aber das ist ja sowieso nicht die AA für andere. Na gut, jetzt hab ich mich immer noch so was. Man kann ja auch die Geräusche essen. Da hab ich ja Freiland halt auch quasi nicht. Da kann ich beliebig viel werden. Das würde ich auch so. Oh, haha. Nicht mit Commander. So. Komm her. Okay, da. So, ist hier noch nicht schon aufgewachsen? Nein. Aber wir haben ja ein paar Küken zurückgelegt. Ich muss mich kurz momentieren. Wieso brauchen Sie das? Nein, jetzt geht's weiter. Ah, okay. Das wäre jetzt so dumm gewesen, wenn ich das nicht hätte. Das sind auch die Küken. Die Küken sind doch passiert. Das ich die Freude nicht nachgelegt habe. Aber wir sind Freiheit sind voll. Und immer noch andere. Ich weiß, ihr mögt mich alle. Das haben wir die. Das ist natürlich blöd, dass wir das mit der dritten Aufnahme nicht geklappt haben. Aber okay. Ich behaupte mal, ihr glaubt mir einfach, dass ich die Honigschleime nicht geschiedet habe oder sonst was. Äh, was wollten wir? Ach ja, Hühnchen. Wir wollten Hühnchen. Hühnchen waren. Auf der Insel. Das war. Nee, das. Entschuldigung. Das Kätzchen. Hier ist nur Plots. Ich frage mich eigentlich, ob Plots ausgedacht ist, wo das ist oder ob das tatsächlich... Deut, ach, das muss ich direkt mal googeln. Das aus dem Kopf wüsste ich jetzt nicht zu übersetzen. So, jetzt rum. Hier lauf ich aber falsch so weit. Ich glaube, noch einigermaßen will ich hier. Boah, ist das ein Chaos hier. ja genau das ist der nächste abschnitt da wir wohnen sollen wir nicht hin, selbst wenn wir wohnen können, wir wohnen nicht vorbei an den Gefahrenen was haben wir denn eigentlich so eingesammelt und gestritten? ja gottse dank zieht euch ja fast nicht irgendetwas so, oh fahrzeichen, ja das ist gut, hier muss ich lagen tja du kannst ja bleiben wo du bist, würde ich aber schon keiner bleiben gucken lass mich mal weg so ich liebe diese Tunnel so sie sehen nicht noch toll aus, jetzt ist noch ein Urschutz und du hörst mich du hörst mich du hörst mich du hörst mich ach jetzt blündet er das grad ne die das auch ich glaub hier hätte möglich so und 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 dann versehe es mir schon mal hin Ich geh am besten gleich dahin. Komm hier dann wieder zurück. Ja, das passt dann wahrscheinlich auch so ungefähr in der Länge für die Folge. So. Ja, hier verteid ich ja sowieso gut. Okay. Das war vielleicht nicht ganz so clever. Vielleicht nicht. Ich möchte nicht schreien. Ich füße meine Klappe. So. So, aber wenn das jetzt dem Kettchen nicht reicht, dann... Tja, dann kann ich trotzdem nichts machen, aber... Ja, dann reicht's dem Kettchen halt nicht. Ich kümmere mich gleich noch. Ich ziehe gerade die Bänse und so weiter. Das war das, was ich eigentlich noch gerne wollte. Ach, man läuft sich aber wirklich hier ein Wolf. Ich kann fliegen. Naja, leider noch nicht. Das ist das Problem. Aber wir sind ja gleich da. Ach, der Weg ist wirklich immer massiv lang. Oh, eins nachgespawnt. Schade. Weg. Weg. Komm schon. Schade. Ich muss jetzt nämlich zurücklaufen, sonst hätte ich den Teleporter benutzen können. Oh. Ach, und der hat schon gezittert. Da fehlt nicht mehr viel. Okay. Na gut, dann darf sie mir jetzt so zurück. Hier ist noch ein Zwischersflug. Oh, wenn's wirklich noch einscheitert, wär das tragisch. So. Na komm, na komm, na komm. Schade, ich die Energie nicht so schnell auflebe, wie ich mir's wünsche. Jetzt machen wir erst mal das Wichtigste. Das war schon ganz so jetzt. Ja, und die sind jetzt wichtig Früchtlinge angetragen, wenn ich den Blut reinchen kann. So. So, wo seid ihr denn ihr wütenden? Das müssen alle sein. Ach so gut futtert. Jetzt sind grad die Dischen nachgewachsen. Und tatsächlich, das bin ich schnell. Dann sag ich natürlich nicht dazu. Egal. Ich leg mal einen auf Vorrat ins Haus und wir hoffen, dass die auch da bleibt. Störungszeit. Nicht abhauen. Oh, du bist auch noch böse. Hey, 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 hey. So, seid ihr jetzt alle happy? Schwach doch schon. So, seid ihr jetzt alle happy? Ja. Ja, nice. Plotsam, ne? Oh, jetzt war's. Töne, jetzt war's. Ja. Entschuldigung. Töne. Jetzt ist man eine Belewung. Töne, das Kugel. Töne, Töneي. Tja, wir sehen hier, wahres Geld. Nice! So, ok. Noch die Post holen. Sein, die Tür stellt euch mal schön zu hören. So, interessant, die Story ist toll. Das erste Mal, dass ich jetzt in den Laden gehe, ich brauche den Jetpack. Ja, das soll erstmal reichen. Kommen wir uns erstmal um unsere Tierchen. Damit es nicht wieder so blöd sind passiert, Freunde. Futterautomat brauche ich nicht deswegen, aber ich habe schon ein Dach gebaut, schön. Ok, eine Musikbox auch nicht, das beruhigt euch. Den Rest brauche ich nicht. So, was es euch angeht. Ja, für euch das Fälle, eine Musikbox auch gut. Knapp noch 1077 für Erdbeerfälschen. Ja, ich habe jetzt überlegt, ob ich das Gebiet, das da falsch halte oder Erdbeerfälschen mache. So, ich habe jetzt noch mal so eine Hände fälschen. Zack. So. So. So, und jedenfalls zwei habe ich schon gewirtschaftet. Ja, ich glaube, das ist ja ein richtiger Begriff. Controller sei lieb, brav. So. So. Das ist ja schon immer schade. Gut, man kann diese Slots noch erhöhen. Bis 100 weiß ich. Allerdings, die 100er sind echt wahnsinnig teuer, die 50er sind noch akzeptabel. Aber, wenn ich jetzt, ich kann jetzt nicht viermal das gleiche haben. Also, ich kann jetzt nicht vier Slots mit derselben Sache belegen. Das finde ich ein bisschen schade. Weil, so wie ich das hier gerade wirtschaftlich mache, hätte ich dann immer sehr viel von diesen Phosphoplatten. Okay, das ist doch ein guter Moment, um zu beenden. Ja, das war Teil 3, beziehungsweise theoretisch schon fast Teil 4, weil wir jetzt ein Tag 5 sind. Ich hoffe, dass das mit den Aufnahmen nicht wieder passiert. So ist jetzt für mich auch das erste Mal, dass das schief gegangen ist. Ich verabschiede mich, wünsche euch einen schönen Tag und wenn wir dann weitermachen, werden wir ein bisschen mehr Geld machen, werden die Gärten dort ausbauen. Vielleicht werde ich es auch schaffen, das Freigehege das nächste freizuschalten, wo dann meine explosiven Schleime reinkommen werden und endlich die Katzenmatt so weit füttern, bis man den Schlüssel oder den Teleporter rausrückt. Okay, dann tschüss!